Am heutigen Montagabend trifft der VfR ein in der 3. Liga auf die SPVGG Unterhaching. Spox hat alle Informationen zur Partie und zeigt euch, wo und wann ihr das zur LMTV, Livestream und Live-DK verfolgen könnt. Der VfR Ahlen befindet sich zurzeit auf dem 19. Tabellenplatz und konnte in der Hinrunde nur drei Siege einfahren. In der Rückrunde gilt es nun jeden Punkt mitzunehmen, der möglich ist. Des Weiteren soll mit Robert Andrich von Wien-Wiesbaden noch ein kreativer Mittelfeldspieler ins Team kommen. Ein guter Start wäre ein erster Schritt in Richtung Klassenerhalt. Das Spiel zwischen dem VfR Ahlen und der SPVGG Unterhaching findet am heutigen Montagabend um 19 Uhr statt. Austragungsort ist die Ostheim Arena in Ahlen. Ahlen gegen Unterhaching, TV, Livestream und Live-DK. Das Spiel zwischen Ahlen und Unterhaching wird live ab 19 Uhr bei Magenta Sport übertragen. Der Streaming-Dienst kostet 9,95 Euro im Monat bei jährlicher Vertragslaufzeit. Dritte Liga Die aktuelle Tabelle Platz Team Spiele Tore Differenzpunkte 1. VfL Osnabrück 2.131 zu 1.516.442 Karlsruher SC 2.034, 2.014.393 Herr Lescher FC 2.126, 197.394 KFC Oerding 052126, 260.375 SPVGG Unterhaching 2042 zu 2.022.356 SV Wien Wiesbaden 2140 zu 3.010.337 FC Preußen 06 Münster 2128 zu 29 minus 1.308 Punkt 1 Punkt FC Kaiserslautern 2125 zu 30 minus 5.289 Punkt 1 860 München 2131 zu 2.472.710 Würzburger Kickers 2131 zu 2.562.711 FC Hansa Rostock 2127 zu 32.52.712 FD FSV CKU 2025 zu 2.322.513 Sportfreunde Lotte 2121 zu 26.52.414 Energie Cottbus 2127 zu 34.72.315 SC Fortuna Köln 2120 zu 36.162.316 Sv Meppen 2126 zu 31.126 Meppen 2126 zu 31.52.217 FC Kaltzeis Jena 2127 zu 37.30 100 2218 Sonnenhof Großsassbach 2116 zu 32.62.119 Sinti Allen 2424 zu 32.81.720 Eintracht Braunschweig 2123 zu 39.00-1617 Werbung Werbung